Nach dem Tod eines 29-jährigen Afroamerikaners bei einer Verkehrskontrolle in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee sind erstmals Videoaufnahmen von dem Polizeieinsatz veröffentlicht worden. Die Brutalität, die auf den Bildern zu sehen ist, sorgt für Entsetzen und weitere Proteste im Land. US-Präsident Biden erklärte am Abend, er sei schockiert. Der Vorfall erinnere ihn an die tiefe Angst, das Trauma, den Schmerz und die Erschöpfung, die viele schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen verspürten. Tyree Nichols ruft am Boden verzweifelt nach seiner Mutter, bevor die Polizisten in der Südstaaten-Metropole Memphis ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühen. Die jetzt veröffentlichten Bilder von Bodycams und Überwachungskameras zeigen, wie die Polizisten ihn dann schlagen und treten, auch gegen den Kopf. Nichols stirbt drei Tage später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Polizeipräsidentin von Memphis verspricht Aufklärung, bezeichnet die Tat als abscheulich, rücksichtslos und unmenschlich. Die Polizisten sind sofort auf 180. Normalerweise bist du bei einer Verkehrskontrolle nicht schon auf 180, weil du ja vorher noch gar keinen Kontakt mit der Person hattest. Es ist mir nicht klar, was dieses Ausmaß an Aggression schon beim ersten Zusammentreffen verursacht hat. Seit der Tat protestieren die Menschen in Memphis, aber auch in Städten wie New York. Sie fordern Aufklärung, Gerechtigkeit und ein Ende der Polizeigewalt. Wir fordern Rechenschaft, die Verurteilung der Polizisten und ein Ende dieser Polizeikontrollen, bei denen sie Menschen töten. Die fünf Polizisten wurden entlassen, wegen Totschlags angeklagt. Nach dem Tod von Tyree Nichols ist in den USA erneut eine Debatte über Polizeigewalt entbrannt. Die Verurteilung der Polizisten